Aufgrund gesundheitlicher Probleme von König Charles III. übernimmt sein Sohn Prinz William bedeutende Aufgaben im britischen Königshaus. Prinzessin Kate fällt wegen einer Bauchoperation bis Ostern aus und König Charles, der an Krebs erkrankt ist, kann viele Termine nicht wahrnehmen. Königin Camilla und Prinz William stehen nun im Mittelpunkt und repräsentieren die königliche Familie bei bedeutenden Ereignissen. Der alljährliche Commonwealth Day Gottesdienst am 11. März in der Westminster Abbey, ein Schlüsselereignis im Kalender des Königshauses steht vor der Tür. König Charles, das Oberhaupt der 56 Commonwealth Länder, wird nicht persönlich teilnehmen können. Stattdessen ist eine Videobotschaft von ihm geplant, während Prinz William, das künftige Oberhaupt des Commonwealth, den Gottesdienst leiten wird, mit Unterstützung von Königin Camilla. Dieser Gottesdienst birgt auch historische Bedeutung für Prinz Harry und Herzogin Meghan, denn es war ihr letzter Auftritt als Senior Royals im Jahr 2020 vor ihrem Rücktritt. Während Prinz William und Königin Camilla nun in die Bresche springen, bleibt abzuwarten, wie das Königshaus seine moderne Ausrichtung unter der Regierung von König Charles III. weiterentwickelt.